Ist ja so verrückt, hat so verrückte Ergebnisse, dass für mich noch die Messe hier noch nicht gelesen ist. Und jetzt hören wir mal den Kapitän von Real Madrid, Sergio Ramos. Hurensohn, Real, fickt euch! Ich hab gewonnen, nur mit Glück, aber Rückspiel sieht anders aus. Ihr Penners! Ihr kleinen Hurensohne, fickt eure! So Leute, schönes Video, jetzt seht ihr mal, wie ich Real geguckt habe. Okay, Bayern, ey, Scheiß, Real, Junge, piss ab! Ali, Sonderposten, bei Ali. Guck mal, da ist jetzt der Handratte. Guck mal an, der hat die andere Boxen. Trotzdem werden wir sehr aufpassen müssen, sehr ruhig und weiterhin so effektiv spänen und das zu wiederholen und auch das Rückspiel zu gewinnen. Bayern hat sogar noch mehr gelebt als letztes Jahr nicht, was? Sie haben ja wirklich alles getan, was ich...